Herzlich willkommen auf Dominica. Heute sind wir wieder aktiv. Es geht für uns nochmals aufs Fahrrad. Ich hoffe natürlich, dass ich für euch wieder einige schöne Aufnahmen einfangen kann. Auf dem Fahrrad ist es immer schwierig schöne Aufnahmen zu machen oder viele Aufnahmen zu machen. Ja, ich werde es aber versuchen mein Bestes zu geben und ich wünsche euch viel Spass bei diesem Vlog. Es geht heute noch in den Regenwald, darum Mückenschutz nicht vergessen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Herzlich willkommen auf den Regenwaldbaut. Jangan lupa, dass Sie sich vielleicht auch bei der ganzen Bleibaren und ihr habt. Ja, ich magazin Karl eine��tersuchte. kommt auf der Linne an. Das war's für euch schon mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Für diesen Ausblick hat sich der Ausblick gelohnt Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben jetzt hier eine Stunde Strandaufenthalt, jedoch sind die Strände hier auf Dominika nicht zu berauschen. Dafür können wir die Liegen hier am Strand kostenlos benutzen. Wir sind jetzt wieder auf unserer Kabine und gehen jetzt auf der Kleine Kite essen. Nach zwei, drei Worte zu unserem Ausflug heute mit dem E-Bike. Der hat mir persönlich sehr gut gefallen. Schön der Kiste entlang, dann waren wir noch im Regenwald. Der Strand, der war jetzt nicht so der Hammer, aber dafür war der Aussichtspunkt am Scott Heat sehr bezaubernd. Und ich konnte dort schöne Fotos machen. Ich werde meine Fotos noch einblenden. Ja, ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen und sage vielen Dank. Morgen sind wir in St. Kloscha. Tschüss, macht's gut. Bis bald. Bis bald.